Wir stehen hier vor dem Feuerwehrhaus in Arndsen. Normalerweise erzählen Politiker ja, was sie alles machen wollen. Ich erzähle jetzt mal, was ich gemacht habe. Und nicht nur ich alleine, natürlich auch die anderen Politiker hier. Aber wir haben unter anderem dafür gesorgt, dass sämtliche Jugendfeuerwehrmitglieder hier eine Jahresfreikarte für das Waldbad hier in Mainersen bekommen. Das heißt, alle, die in der Jugendfeuerwehr arbeiten, haben wirklich nur gesagt, ihr seid toll, sondern wir geben ihnen was, nämlich eine Freikarte für das Waldbad in Mainersen für das ganze Jahr. Und dann haben wir noch was Technisches gemacht. Wir haben nämlich dafür gesorgt, dass die TSFW, die Einzelner werden wissen, was ich damit meine, super ausgestattet sind, groß genug sind, damit die PA-Träger dann auch schon genug Platz haben, sich vorher auszurüsten. Das war nicht billig, glaubt mir.